SRF 2 Kultur Kontext Diese Veränderungen weltweit, die sind enorm und sie werden weitergehen. Und die Schweiz ist ja, wie wir wissen, keine Insel. Deshalb wird sich unsere Energieversorgung so oder so enden. Bundespräsidentin Doris Leuthard über die Energiezukunft. Die Weltbevölkerung nimmt weiter zu und immer mehr Menschen können es sich leisten, Auto zu fahren, Fernseher und Kühlschränke zu besitzen und im Sommer Klimaanlagen zu betreiben. Der Energiebedarf steigt deshalb auch in Zukunft stark an, gemäss zahlreicher Studien besonders der Stromverbrauch. Und um den CO2-Ausstoss zu reduzieren, soll dieser Strom langfristig aus erneuerbaren Quellen kommen, wie Sonne, Wasser und Wind. Das ist weitgehend unbestritten. Aber darüber, wie schnell dieser Umbau geschehen kann und wie schnell er geschehen soll, herrscht keine Einigkeit. Doch wie gross ist der Handlungsspielraum? Darüber diskutieren wir heute in Kontext. Bei mir im Studio sind dazu Felix Nipkow von der Schweizerischen Energiestiftung. Diese will vorwärts machen mit den erneuerbaren Energien. Und weiter Michael Frank. Er ist Direktor des Verbandes der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen. Und sein Verband sagt, nichts überstürzen, wir sollen zuwarten, insbesondere bei der Solarenergie. Und Urs Elber. Er hat Einblick in die Forschung an der ETH Zürich, am Paul Scherer-Institut und an der Eikenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA. Guten Tag miteinander. Der Strombedarf wird weltweit stark ansteigen. Inwiefern trifft das auch für die Schweiz zu, Herr Frank? Ja gut, es kommt darauf an, wenn Sie fragen, wenn Sie Frau Leuthard fragen, wird der Bund sich immer noch auf senkenden Strombedarf berufen, auf den entsprechenden Studien vor ein paar Jahren. Wir waren da immer sehr skeptisch, aber wir stellen fest, dass generell ein Undenken stattfindet. Der Strombedarf wird steigen. Und wenn der erneuerbar ist, sehe ich da auch kein wesentliches Problem. Im Gegenteil. Wie sehen Sie das, Herr Nipkow? Ich bin völlig mit Frau Leuthard. Die Umweltverbände haben berechnet, dass der Strombedarf ungefähr stabil gehalten werden kann in den nächsten 10, 20 Jahren. Und zwar ist das eine Mischrechnung aus grossen Effizienzpotenzialen, die man realisieren kann und andererseits Bevölkerungswachstum und die erwähnte Elektrifizierung, die zu einem Mehrbedarf führen. Das heisst, wir sind uns nicht ganz sicher. Es gibt verschiedene Annahmen und Prognosen. Herr Elber, was bedeutet das für die Forschung? Ja, wenn man alle Studien zusammennimmt und sieht, von welchen Voraussetzungen sie ausgehen, dann sieht man, dass es ganz wenige gibt, die davon ausgehen, dass der Stromverbrauch abnimmt. Die meisten gehen von einer Zunahme aus. Grundsätzlich in der Forschung, wir kennen die Zukunft ja nicht. Wir setzen vielleicht auf Optionen, wie es gehen könnte. Aber was nachher kommt und was geschieht, das entscheidet letztlich die Gesellschaft, die Politik und auch die Wirtschaft. Die Schweiz ist ja nur ein kleiner Player im globalen Energiemarkt. Deshalb schauen wir, bevor wir ausführlich über unser Land sprechen, zuerst nach Asien und in die USA. Das sind Schlüsselregionen für die kommenden Entwicklungen. Indien etwa hat 1,3 Milliarden Einwohner und darunter viele, die noch keinen Stromanschluss haben. Da wird sich also noch einiges bewegen in nächster Zeit. Der indische Premierminister Narendra Modi sagt, es solle nicht nur für jeden ein Dach über dem Kopf geben, sondern eben auch Strom. Dieser Strom soll also wenig CO2 verursachen, eben ein Light Carbon Footprint haben. Erneuerbare Energien sollen gefördert werden. Herr Frank, Ihr Produkt, Strom, ist also gefragt. Das sind aufregende Zeiten für Ihre Branche. Darum komme ich natürlich auch darauf zurück, Stromverbrauch wird steigen. Aber wir müssen präzise sein. Wir sprechen nicht von Strom, sprechen wir von Gesamtenergie. Und wenn wir von Energie sprechen, haben wir fossile Quellen und die müssen weg, weil wir haben ein Klimaproblem. Und wir können das nur durch Strom, erneuerbaren Strom substituieren, deshalb steigender Strom. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig als Entwicklungsziel, Zugang zu Elektrizität in der dritten Welt, Indien beispielsweise, Afrika auf der anderen Seite, ist extrem entscheidend, weil wenn man schaut, wie die heute kochen, wärmen, heizen. Das ist nur mit Kohle, nur mit Fossil. Und abgesehen davon, dass es einen Entwicklungsschub gibt, hat es einen ganz entscheidenden Einfluss auf das ganze Klima, sprich CO2. Sind das auch Bereiche, wo die Schweizer Strombranche sagt, da investieren wir in diesen Ländern? Das kann unter Umständen denkbar sein als Engagement eines einzelnen Unternehmens. Der Auftrag, der die Strombranche in der Schweiz hat, ist die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in der Schweiz. Und zudem, wir können keinen Strom irgendwie exportieren, nennenswert ausserhalb von Europa, weil das Ganze sonst nicht mehr verbunden ist. Gut, aber die BKW zum Beispiel ist involviert in Staudämme in Indien und Südafrika. Ja, wenn es das ist als Engineering-Unternehmen oder als Finanzinvestor, ist das eine andere Geschichte. Das möchte ich mal trennen vom Versorgungsauftrag. Aber wirklich working-mässig, arbeitsmässig, produktionsmässig, das ist im Inland. Andere Engagement, das sind Finanzinvestitionen oder vielleicht Engineering-Aufträge, weil das Know-how beispielsweise für Wasserkraftwerke natürlich sehr gross ist in der Schweiz. Herr Nipkow, der indische Premierminister sagt zwar, dass erneuerbare Energien wichtig seien, doch setzt Indien weiterhin stark auf Kohle, Erdöl und auch Kernkraft. Was bedeuten nun solche widersprüchlichen Signale? Ich glaube, das ist typisch für eine Zeit des Umbruchs, wenn eine alte Branche, die sich jahrzehntelang etabliert hat und eine sehr starke Lobby aufbauen konnte, im Falle der Atomkraft, auch mit Hilfe militärischer Interessen, wenn die abgelöst wird von einer neuen Technologie, die heute erwiesenermassen günstiger ist, aber halt noch nicht so stark verankert in der Lobby-Tätigkeit. Und es wird vermutlich eine gewisse Zeit brauchen, bis die technologischen Errungenschaften wirklich die ganzen Lobby-Einflüsse überwiegen und dann werden die Erneuerbaren klar obenauf sein. Eine neue Studie der finnischen Universität La Penranta zeigt, dass man bis im Jahr 2050 weltweit komplett auf eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien umstellen könnte. Dabei würden mehr als zwei Drittel des Stroms aus Solarpanels, also Photovoltaik, kommen. Herr Elber, die Studie geht davon aus, dass sich insbesondere die Speichertechnologie stark weiterentwickeln wird. Ist das überhaupt realistisch? Ja, das tut sie tatsächlich. Einerseits, Sie haben vorhin Indien erwähnt und China und solche Länder, die massiv mehr Strom brauchen, aber auch sehr grosse Fortschritte machen in zum Beispiel Solarenergie. Solarenergie, das gibt Skaleneffekte. Diese Technologien werden dank dieser grossen Märkte auch günstiger und deshalb breiter verwendbar. In der Speicherung, klar, in Batterien gehen wir davon aus, dass sich die Kapazität noch verdoppelt, der Preis vielleicht halbiert. Es gibt aber auch andere Speichertechnologien wie Power-to-Gas, wo man zum Beispiel aus CO2-armen Strom Gas machen kann, das sich einfacher speichern und vertreiben lässt für gewisse Anwendungen. Dann die Wärmespeicherung ist ein Thema, auch in der Forschung. Wir können heute saisonal Wärme speichern. Und wenn man alle diese Technologien zusammennimmt, hat insgesamt die Speichersache schon einen sehr hohen Stellenwert. Was ist da der Zeitraum? Sie sprechen von einer Verdoppelung der Speichermöglichkeiten und der Halbierung der Preise. Was ist da der Zeitraum? Ja, wir haben gesehen, dass es Sachen gibt, die dauern 15, 20 Jahre, bis sie vom Labor wirklich in der Wirtschaft etabliert sind. Aber der Treiber ist nicht nur das, sondern macht die Industrie mit. Die Industrie macht mit, wenn ein Markt da ist. Und ob ein Markt da ist, entscheidet, wie gesagt, auch die Politik und Gesellschaft. Ob man das will. Auch wenn der Strom, der Solarstrom, sehr billig wird, eben dank Speichertechnologien vielleicht auch, man ist und bleibt abhängig von der Sonne. Und die scheint nicht immer. Herr Nibkow, ist es sinnvoll, derart stark auf Solarstrom zu setzen für die Zukunft, wie das diese Studie fordert? Zwei Drittel soll Solarstrom sein. Ob diese Zahl jetzt genau die richtige ist, das kann ich nicht beantworten. Aber ich bin überzeugt, dass die Sonne einen sehr wesentlichen Anteil an der zukünftigen Energieversorgung stellen wird und stellen kann. Eben auch dank diversen Speichertechnologien, die dann, wenn die Sonne nicht scheint, es möglich machen, die Energie zu nutzen. Die Studie sagt übrigens explizit auch, dass die Solarenergie, also so wie sie da angewendet wird, sehr grosse Speicher erfordert. Und ich glaube, diese Speicher sind natürlich mit einzurechnen in die ganze Kostenfolge und so weiter. Und wenn man, wie die Schweiz, Voraussetzungen hat, dass diese Speicher schon vorhanden sind in Form von Wasserkraft, dann haben wir einen Wettbewerbsvorteil und sind sozusagen in der Pole Position, um die Solarenergie wirklich kostengünstig zu nutzen. Nochmals die Frage zurück an Herr Elber. Reicht denn das, wenn die Speicher tatsächlich so wichtig sind, reicht dieser Faktor 2, wenn sie doppelt so gut sind wie jetzt? Ja gut, wir können ja nicht nur über Energie sprechen. Wir müssen gerade in Solarenergie auch über Leistung sprechen. Wenn insgesamt fällt mehr wie genug Sonnenlicht auf die Erde, man könnte, denke ich, den ganzen Energiebedarf der Erde problemlos decken. Das Problem ist, dass der Strom nicht dort entsteht oder die Sonne nicht unbedingt dort scheint, wo man den Strom braucht, weder zeitlich noch örtlich. Also muss man den Strom ernten, man muss ihn aber auch speichern, transportieren und umwandeln. Genau, aber eben die Speichertechnologien, die braucht es, damit man ihn speichern kann. Die müssen deutlich besser werden. Nicht nur die Speichertechnologien, wir müssen auch versuchen, den Verbrauch in diese Zeiten zu legen, wo eben die Sonne scheint zum Beispiel. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, Warmwasser dann zu produzieren, wenn die Sonne scheint und nicht unbedingt dann, wie das heute läuft in der Nacht oder wenn sonst irgendwelche erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Wir könnten auch überlegen, dass wir sehr viel mehr Solarenergie produzieren und sie dann halt einfach das, was dann halt mal zu viel ist, abkoppeln oder nicht ins Netz einspeisen. Viel die bessere Möglichkeit wäre eben auch das Umwand, Umwand in Wärme, in andere Energieformen wie Gas oder dann später vielleicht auch mal in flüssige Brenn- und Treibstoffe und die dann in anderen Märkten brauchen kann. Da sind ja zahlreiche Projekte am Start, Sie haben es erwähnt, Power to Gas ist ein Stichwort. Herr Frank, wie sehen Sie das aus Sicht der Stromwirtschaft? Wir haben es gerade davon gehabt, Solar könnte deutlich günstiger werden. Setzt sich aus Sicht der Stromwirtschaft das durch am Schluss, was am billigsten ist? Ja gut, es ist nicht die Frage, ob Solar günstiger wird und ob Solar sich durchsetzen wird. Da ist die Antwort ja. Wir haben die Solarblase gesehen, wie sie in Deutschland geplatzt ist. Warum? Weil es extrem günstig geworden ist durch China. Was meinen Sie mit Solarblase? Hunderttausende Arbeitsplätze, die her subventioniert wurden und dann plötzlich zu teuer waren, weil die Chinesen in den Markt eingestiegen sind. Der Markt findet jetzt in China statt. Wenn wir von Strom oder Energie sprechen, sollten wir vermeiden, das Ganze immer nur global zu betrachten. Fossile Märkte sind global, Strommärkte sind im besten Fall kontinental oder etwas überregional. Da müssen wir unterscheiden. Und wenn wir global sprechen, wie diese Studie, glaube ich auch, es ist technisch möglich, letztlich auch finanzierbar, erneuerbare Zukunft, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Und Speicher wird eine entscheidende Rolle spielen. Da bin ich auch davon überzeugt, Speicher in welcher Form auch immer. Aber wenn wir auf die Schweiz oder auf Europa zurückkommen, sehe ich das Ganze doch noch ein bisschen differenzierter. Wenn ich sehe, breite Teile von Asien, China, südlichste Europa, Afrika, Solar, kein Problem. Das ist ein Problem, riesen Flächen, riesen Sonneneinstrahlung. Hier haben wir knapp 1000 Stunden im Jahr und die sind auch noch asymmetrisch über das Jahr verteilt. Das Problem ist Januar, Februar, März, April. Wenn wir die Monate sicherstellen, haben wir das Jahr geschafft. Wenn wir in diesen Monaten Probleme bekommen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und das ist letztlich die Frage. Und da ist Solar und PV unter der Nebeldecke im Mittelland dann etwas schwierig, um das vier Monate über die Runden zu bringen. Da braucht es noch andere Kombinationen. Da kommen wir noch darauf zu sprechen, im Detail später. Bleiben wir noch kurz bei der internationalen Perspektive. Was wären denn die wichtigsten Schritte für die Zukunft international betrachtet? Ganz kurz gesagt, Herr Elber, was wäre der wichtigste Schritt jetzt für die Stromzukunft international? Also in der Vergangenheit hat man gesehen, dass je mehr Wohlstand ein Land hat, desto höher wird der Energieverbrauch. Und wenn der Wohlstand einen bestimmten Level erreicht hat, dann steigt der Energieverbrauch überproportional. Man sieht das sowohl beim Strom wie auch beim gesamten Energieverbrauch. Und hier muss man sicher diese Entwicklung entkoppeln. Also vom Wohlstand und enorm viel mehr Energieverbrauch. Das muss entkoppelt werden. Und da sind, denke ich, schon einerseits technologische Sachen, die da helfen können, aber auch politische Massnahmen. Man muss das lenken, was man nicht will und das fördern, dass diese Sachen befürworten. Zum Beispiel sehen wir, wenn Geld da ist, um erneuerbare Energien zu machen, dann muss es nicht direkt am Markt sein, sondern es kann sich entwickeln. Können Sie das so unterschreiben, Herr Nibkow? Das kann ich grundsätzlich so unterschreiben. Ich werde es noch ein bisschen präzisieren und noch einmal auf meine Lobbys zurückkommen. Also es gibt ja eben keinen echten Markt für Energie und Strom heutzutage, sondern der Markt ist stark verzerrt. Und das kommt aus historischen Verzerrungen. Also die ganze Fossilindustrie und auch die Atomindustrie wurden massiv subventioniert. Und das gibt ein heutiges Ungleichgewicht. Und ich glaube, dieses Ungleichgewicht muss man aktiv aufheben, indem man eben erneuerbare Energien fördert und gleich lange Spiessen schafft für alle Energieträger. Und was sich dann durchsetzen wird, das ist dann wieder eine Marktfrage. Und ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass die Erneuerbaren aus verschiedenen Gründen eben viel die besseren Voraussetzungen haben und sich durchsetzen werden. Was sagen Sie dazu, Herr Frank, zu diesem Ungleichgewicht? Na gut, die Atomlobbygeschichte, das mutet mir langsam eine 70er Jahre Verschwörungstheorie an. Atom ist weltweit unter 5% der Stromproduktion. Also wenn wir uns darüber noch unterhalten, habe ich kein Verständnis. Erneuerbar wird die Zukunft sein, völlig unbestritten. Im einen Land etwas mehr Sonne, im anderen Land etwas mehr Wind, im dritten Land vielleicht etwas Biomasse, Wasser in den entsprechenden geografischen Regionen, die über Wasser verfügen. Ich denke, das wird die Zukunft sein. Ganz entscheidend weltweit ist nicht primär die zur Verfügung stehende Technologie. Umweltverschmutzung, also Luftverschmutzung, Klima. Das werden die Treiber sein, weil China und China wird das global kippen oder nicht kippen in die eine oder andere Richtung. China kann nicht weiter so machen und permanent oder schon fast systematisch Leute, sagen wir mal so, etwas provokativ in den Großstädten vergiften. Sie müssen den Umstieg machen, es geht nur überneuerbar, vielleicht temporär etwas über Atom, wenn die Chinesen finden, das sei ihr Weg. Ist nicht die Diskussion hier in der Schweiz. Aber die müssen, weil sonst entleeren sie ihre Städte, weil die Umweltbelastung einfach schlecht zu gross wird. Sie können sich das nicht mehr leisten. Das wird der Haupttreiber sein. Das ist völlig richtig und ich bin einverstanden. Aber ich glaube, der Punkt ist, wie schnell geht das voran. Und wenn sie einfach sagen, das kommt sowieso, dann ist das zwar wahrscheinlich richtig, aber wichtig ist es auch zu beschleunigen und aktiv einzugreifen in diesen Prozessen. Und dafür braucht es die Politik. Die vorher erwähnte finnische Studie sagt, die Energiewende sei allein eine Frage des politischen Willens. Und ich glaube, der politische Wille, der muss eben in die richtige Richtung treiben und muss diese gleich langen Spiße schaffen, damit die fossilen Energien insbesondere nicht zu lange am Markt bleiben und die Reserven, die wir haben, aufgebraucht werden. Das wäre wirklich schade für das Klima. Das ist genau das Stichwort für den nächsten Punkt, nämlich der politische Wille. Und der ist zumindest in den USA im Moment recht eindeutig gelagert. US-Präsident Donald Trump setzt auf saubere Kohle für die Zukunft. Gibt es saubere Kohle, Herr Nipkow? Nein, Donald Trump hat hier einmal mehr den Zeitgeist vollkommen verkannt und setzt auf das falsche Pferd, auf das tote Pferd der fossilen Energien. Es ist ziemlich klar, dass das nicht gut kommt. Und es ist auch klar, dass ein Argument, was er am Schluss bringt, nämlich die Arbeitsplätze eben genau am anderen Ende liegen bei den erneuerbaren Energien. Was bedeutet diese Politik von Donald Trump für die Energie- und Stromversorgung, Herr Frank? Es ist ja so, dass die internationale Energieagentur, die IEA, die sagt voraus, dass jetzt Jahre kommen werden mit billigem Öl. Ja gut, das war auch bevor Trump diese Statements gemacht hat, die ich übrigens nicht teile, war absehbar, dass der Ölpreis langer oder länger tief sein wird. Da gibt es andere Mechanismen. Ich glaube aber nicht, dass die USA das absolut Entscheidende ist. Wenn die es schon mal schaffen, etwas von der Kohle wegzurücken und etwas mehr Gas zu verwenden, haben sie schon einen Beitrag zum Klima gemacht, haben immer noch viele Schritte vor sich, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und zum billigen Öl. Diese Ölvorkommen, die nun gefördert werden, ob die gut oder schlecht sind, sei dahingestellt. Das ist eine Realität. Wir haben Massnahmen, die das Ganze substituieren will. Die Ölvolumen sind höch in der Förderung auf dem Markt. E-Mobility wird weltweit gefördert, wird ebenfalls höch. Und das gibt wiederum Druck auf die Ölpreise, die dann tief bleiben. Das ist ein Teufelskreis. Wir werden fossile Brennstoffe, ob wir sie wollen oder nicht. Vermutlich noch eine längere Zeit haben. Aber ich denke am Schluss, nicht die USA werden entscheidend sein, China und Indien werden den entscheidenden Faktor weltweit sein. Was sind denn hier die Handlungsmöglichkeiten, Herr Elber, wenn man sagt, man will wegen dem Klima weg von fossilen Brennstoffen? Was sind die Handlungsspielräume da? Ja gut, es ist wirklich schwierig, Prognosen zu machen. Das ist auch nicht Aufgabe der Forschung. Ich denke, wir machen Szenarien und Modelle aufgrund von Wenn-dann-Sachen. Und wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass die Mobilität elektrisch sein wird, aber der Ölpreis oder diese Sachen sehr tief sein werden, heisst doch das, dass nachher der Strom aus fossilen Quellen gemacht wird. Und dann haben wir einfach noch Umwandlungsschritte dazu. Und wenn natürlich aus Kohle oder irgendwas dann der Strom gemacht wird, wie in unseren angeblich sauberen Elektromobilen gemacht haben, haben wir zwar ein Luftreinhalteproblem gelöst in den Städten, aber das CO2-Problem muss dadurch nicht besser sein. Also es gilt schon, wenn wir all das, was wir verlagen, auf das elektrische System, da müsste man gleichzeitig die erneuerbaren Energien in derselben Menge, zur selben Zeit, Plus Minus Speicher erhöhen, sonst macht das auch wenig Sinn. Ja, bitte. Ja, letztlich vergessen wir ein Gut. Ob der Ölpreis, der Gaspreis hoch oder tief ist, eine Frage angeboten und Nachfrage soll so spielen. Es gibt ein Produkt, das keinen Preis hat oder einen viel zu tiefen. Und das heisst CO2. Wir müssen uns nicht über Öl oder Gas, wo das auch immer gefördert wird, wir müssen dahin gehen, dass zumindest in Europa, idealerweise breiter mit COP21, CO2 einen idealerweise handelbaren Preis bekommt. Und dann haben wir bereits so über Märkte ein relativ grosses Problem gelöst, weil Subventionen für Erneuerbare werden dann obsoleter, weil CO2 automatisch fossile Brennstoffe verteuert und einen Vorteil gegenüber nicht-fossilen, respektive CO2-freien erneuerbaren Quellen fördert. Ja, doch, das ist ein Punkt mit der CO2-Abgabe. Da wehrt sich die Industrie ja immer wieder mit Händen und Füssen dagegen, Herr Nibkov. Das ist richtig, sie wehrt sich, aber der Punkt ist, es ist auch schwierig, ein solches System innerhalb der Landesgrenzen einzuführen, weil Industrie, die über die Landesgrenze hinaus tätig ist, leidet dann gewisse Nachteile. Das heisst, ein solches System sollte im Medialfall global oder mindestens eben europäisch eingeführt werden. Ich bin völlig einverstanden mit, Herr Frank. Am Schluss ist es nicht wichtig, ob das Öl oder das CO2 teuer wird. Es geht einfach darum, dass die externen Kosten, die entstehen durch das Verbrennen von Erdöl, im Preis irgendwie inbegriffen sind. Das heisst, wenn ich Benzin tanke, muss ich irgendwann in der Kette diesen Preis zahlen. Sie hören Kontext auf Radio SRF 2 Kultur. Wir debattieren heute über die Energiezukunft und im Speziellen über Strom. Bei mir im Studio sind Michael Frank. Er ist Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, dem VSE. Felix Nipkow ist Projektleiter für Strom und Erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energiestiftung der SES. Und Urs Elber ist Geschäftsführer des Forschungsschwerpunkts Energie an der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt der EMPA und vom Kompetenzzentrum für Energie und Mobilität am Paul-Scherer-Institut. Beide Institute gehören zum ETH-Bereich. Kein anderes Land weltweit hat so viel von seinen Flüssen und Bächen aufgestaut, um damit Strom zu machen wie die Schweiz. Wir sind damit einsamer Spitzenreiter, gerechnet pro Fläche. Im neuen Energiegesetz, über das vor einem halben Jahr abgestimmt wurde, da wird auch die Wasserkraft davon betroffen. Dazu möchte ich kurz Bundespräsidentin Doris Leuthard einspielen, was sie kurz nach der Abstimmung gesagt hat. Das Energiegesetz führt unser Land in eine moderne Energiezukunft. Was die einheimischen erneuerbaren Energien aus Wasser, Sonne, Wind, Geothermie und Biomasse betrifft, so wird mit dem neuen Gesetz ja ab 18 der Netzzuschlag von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde angehoben. Es heisst, es stehen somit 480 Millionen Franken zusätzlich für diese Förderung zur Verfügung. 180 Millionen davon kommt der Wasserkraft zugute. Wir haben es gerade gehört, 180 Millionen für die Wasserkraft mit dem neuen Energiegesetz. Herr Nipkow, braucht die Wasserkraft diese 180 Millionen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Man muss noch ein bisschen differenzieren. Von diesen 180 Millionen sind 120 rund für bestehende Wasserkraftwerke gedacht und der Rest ist dann für neue Ersatzinvestitionen. In diesem Bereich bin ich überhaupt nicht kritisch. Ich finde, das muss gefördert werden, weil auch die Wasserkraft hat noch ein sehr kleines Ausbaupotenzial. Bei der bestehenden Wasserkraft hingegen zeigen, je länger mehr Untersuchungen, dass eben gar kein Bedarf besteht nach einer zusätzlichen Finanzierung. Und dass das ganze, ich sage jetzt mal böse Jammern der Strombranche auch ein bisschen übertrieben war in der Vergangenheit. Das Geld, das jetzt hier ausgegeben wird, diese 120 Millionen, die fehlen dann eben an einem anderen Ende, zum Beispiel bei der Förderung von Solar- oder Windkraft. Das war ja das Thema kürzlich. Eine Studie des Bundes hat ja auch gezeigt, dass die Strombranche vor allem eigentlich Unterstützung gesucht hat für ihre Wasserkraft. Was sagen Sie dazu, Herr Frank? Ja gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir auch vom Richtigen sprechen. Diese Marktprämie, die Frau Leuthard eben erwähnt hat, die für die Wasserkraft innerhalb dieser 2,3-Rappen reserviert ist, ist nebst den Investitionen, denke ich, die ist problemlos für Unterstützung bestehender Wasserkraft. Und da muss nachgewiesen werden. Und es ist ein Fakt, Produktionskosten sind zum Teil heute über den Marktkosten. Da gibt es eine Stützungsmassnahme. Systemrelevant für die Stützung des Stromsystems Schweiz ist Wasserkraft. Und es geht nicht einem anderen Ort ab, sondern es macht einen Beitrag zur Sicherheit des Systems. Dass wir darüber hinaus noch die eine oder andere Forderung gestellt haben, insbesondere nach etwas moderateren Wasserzinsen, das trifft zu. Wir können nicht alte Monopolsysteme auf der Abgabenseite aufrechterhalten und auf der anderen Seite Märkte dann irgendwie teilweise oder ganz freimachen. Aber trotzdem, das Lobbying der Strombranche war tatsächlich sehr erfolgreich. Für mehr Geld. Ja gut, von diesen 2,3-Rappen, die jetzt gibt, das ist nur ein kleiner Teil für die Wasserkraft. Der grösste Teil ist für Biomasse, PV, Wind. Ja, das sind etwa die erneuerbaren, die das Haupt... Und da ist PV der grösste Teil, der abzügelt. Das sind die 480 Millionen, wie Frau Leuthard erwähnt hat. Felix Nibkow, wie wichtig sind diese Unterstützungsbeiträge für eben die neuen erneuerbaren Energien, also ohne die Wasserkraft gerechnet? Die sind eben leider sehr nötig, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, der Markt in der Vergangenheit sehr stark verzerrt wurde. Die Atomenergie insbesondere in der Schweiz, aber auch andere fossile Kraftwerke im Ausland werden indirekt und direkt massiv subventioniert und zwar viel stärker als heute die erneuerbaren. Das heisst, es braucht leider diesen Ausgleich, damit es noch nicht mal annähernd gleich lange Spiisse, aber damit es in Richtung gleich lange Spiisse geht. Wenn man die bestehenden Marktverzerrungen eliminieren könnte, das heisst, wenn die Atomenergie und die fossilen Energien ihre Waren kosten decken würden, dann wären die Erneuerbaren schon lange marktfähig und hätten keine, wären nicht mehr auf Unterstützung angewiesen. Es ist also nicht so, dass jede neue Art der Stromerzeugung automatisch eine Unterstützung braucht. Herr Elber, eben reicht es denn nicht, dass man einfach die Forschung daran unterstützt und der Markt wird es dann richten? Ja, das machen wir natürlich. Die Forschung unterstützt das auch. Und wenn wir sehen, Laufwasserkraft hat den tiefsten CO2-Wert mit jeglicher Stromproduktion, mit etwa 4 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Solar hat schon etwas mehr, da sind wir jetzt irgendwie bei 40 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wind hat irgendwie 12, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Also es macht schon Sinn, dass man diese Energie nicht verliert und dass man die geeignet fördert. Und Solarenergie auch, solange es nicht so viel ist, dass man es wieder abregeln muss und dann automatisch der CO2-Gehalt pro Kilowattstunde, die genutzt werden kann, wieder höher wird. Ich denke, was wir sehen in der Forschung, dass es übergeordnete Systeme braucht. Es reicht nicht, wenn wir eine einzelne Technologie anschauen, sondern wir müssen das ganze System anschauen. Solarenergie, im Sommer müssen wir die nutzen können, das heisst, wir müssen sie vom Tag in die Nacht speichern können, in der Nacht, wo sowieso was geht. Wir müssen die Lasten auf den Tag verschieben können und wir müssen saisonale Speicher machen, sei es jetzt mit grossen Erdwärmespeichern oder halt mit Power, Gas und solchen Technologien. Und ich glaube, das Zusammenspiel dieser Technologien, dass das irgendwie orchestriert abläuft, das müssen wir tun. Auf derselben Seite sollte man verhindern, irgendwelche neuen Technologien, die Strom brauchen, einzuführen, die zwar vielleicht das Problem im Sommer kleiner machen, aber im Winter noch grösser. Dann wird der Speicherbedarf grösser. Also das Ganze jetzt irgendwie ausgewogen, Zubau erneuerbarer Energien, Zubau, zum Beispiel Wärmepumpen statt Ölheizungen und solche Sachen, das muss irgendwie abgestimmt geschehen. Was wir sehen in vielen Modellen und Szenarien, wenn so etwas jetzt plötzlich kommt, dann haben wir schnell ein anderes Problem, bevor wir das eigentliche Problem gelöst haben. Doch der Alltag zeigt auch, eben wir haben es von Unterstützungsbeiträgen jetzt gehabt mit dem neuen Energiegesetz, der Alltag zeigt aber auch, die Leute wollen einfach billigen Strom haben, ihnen ist es egal, wo er herkommt. Nur ein Viertel aller Konsumenten, ein Viertel aller Haushalte zahlt extra für sogenannten Ökostrom. Herr Frank, die meisten wollen einfach billigen Strom. Aber das macht es für Sie doch einfacher, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten in der Schweiz. Nein, nicht unbedingt, weil die Nachfrage ist immer noch die gleiche. Es ist nicht die Nachfrage nach dem gleichen Produkt. Und das ist im Prinzip das Ambivalente. Das Volk hat die Energiestrategie klar angenommen. Das Volk will zum Atom aus, alles klar, alles okay, alles demokratisch abgestützt. Aber im persönlichen Verhalten stellen wir ein ambivalentes Verhalten fest. Und letztlich, wir können heute feststellen, dass das Angebot an erneuerbarer Energie, schweizerisch erneuerbarer Energie, also nicht irgendwie mit Zertifikat grün gewaschen, schweizerisch erneuerbarer Energie, grösser ist als die Nachfrage danach. Das war auch das Erstaunliche. Unmittelbar nach Fukushima gab es einen exponentiellen Anstieg nach Informationen bei unseren Mitgliedern über das Vorhandensein von Solar und Wasser und Windstrom. Tatsächlich wurde nur ein kleiner Bruchteil zusätzlich ein paar Monate danach bestellt. Das ist genau das? Das ist die Realität. Also abgestimmt wird letztlich halt trotzdem an der Steckdose. Also schlussendlich eben. Und abgestimmt wird aber auch an der Urne und die Leute sagen da immer wieder mal ja zur 2000-Watt-Gesellschaft. Die Realität ist aber eine andere. Wir verbrauchen viermal mehr. 8000 Watt und mehr. Sobald es ums eigene Portemonnaie geht oder die persönliche Einschränkung, ist Schluss mit 2000 Watt. Dabei wären Einsparungen bei der Energie ja ein wichtiger Teil der Energiestrategie 2050. Wie können wir mit diesem Widerspruch umgehen, Herr Niepkopf? Ich glaube, der Widerspruch ist gar nicht so gross, wie man meint. Es ist eigentlich der Widerspruch im Individuum zwischen Bürger und Konsument. Als Konsument will ich eben möglichst billigen Strom und ich nehme halt, was ich kriege. Und als Bürger habe ich ein viel grösseres Verantwortungsbewusstsein und bin auch bereit, eben Ja zu sagen zu einer Abgabe zum Beispiel. Also ein Beispiel aus dem Flugverkehr habe ich letztens begegnet. Drei Viertel der Bevölkerung sagt Ja zu einer Ticketabgabe. Das heisst, die ist bereit, mehr zu zahlen, um die externen Kosten des Flugverkehrs zu decken. Aber sehr wenige Leute verzichten aktiv aufs Fliegen oder sind bereit, ihr Verhalten zu ändern. Das heisst, es ist eine Bereitschaft da, die Politik machen zu lassen und die richtigen Massnahmen zu ergreifen, aber keine Bereitschaft, das persönliche Verhalten zu ändern. Das heisst, im Umkehrschluss eigentlich, dass die Sachen nur funktionieren, wenn sie von oben aufgedrückt werden, sage ich jetzt so. Von oben aufgedrückt ist es ja in dem Sinne dann nicht, wenn die Leute auch dazu etwas sagen können. Also die Energiestrategie auch als Beispiel. bringt einen erhöhten Netzzuschlag. Das heisst, wir fördern die erneuerbaren Energien. Die Leute haben mit grosser Mehrheit die Art dazu gesagt, im vollen Bewusstsein, dass der Strom kurzfristig ein bisschen teurer wird. Im Wissen wahrscheinlich auch, dass er langfristig dann eben wieder günstiger wird. Das zeigt auch diese finnische Studie. Längerfristig ist eine erneuerbare Stromversorgung eben günstiger. Geht es schlussendlich darum, dass keiner will, dass der andere oder der Nachbar einen Vorteil hat? Das kann sein. Diese küchenpsychologischen Argumente kann ich jetzt nicht ganz, also da kenne ich mich zu wenig aus, aber das ist möglich, ja. Da hingegen bin ich nicht ganz einverstanden. Also die Verhaltensökonomie lehrt uns, dass irrationales Verhalten der Normalfall ist. Ist empirisch nachgewiesen. Und dass die Politik auch endlich zur Kenntnis nehmen soll, dass eben irrationales Verhalten in der Realität ist. Und ich denke, das können wir sehr gut... Können Sie ein Beispiel geben? Es ist nicht der rational denkende Mensch, wie die Ökonomie denn ihn oft darstellt, sondern eben, ich mache ein Beispiel, ich bin für die Energiestrategie, ich bin für Atomausstieg, konsumiere aber den billigsten Strom, der vielleicht nicht erneuerbar ist. Ich bekämpfe neue Windräder hier auf den Jurahöhen. Ich bekämpfe jedes Netzvorhaben, obwohl wir die Netze brauchen, sonst können wir die Energiestrategie nicht umsetzen. Ich bin aber trotzdem für die 2000-Watt-Gesellschaft. Das ist völlig irrationales Verhalten. Ich kann gegen die 2000-Watt-Gesellschaft sein, dann ist es vielleicht einfacher auch gegen Windräder zu sein. Aber ich kann nicht für 2000-Watt-Gesellschaft sein, für Erneuerbare, für Energiestrategie, aber dann gegen die entsprechende Infrastruktur, die genau das verwirklichen soll. Das ist irrationales Verhalten. Und das ist leider eben Realität. Und wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Ich habe eine gute Lösung dafür. Wir setzen zum Beispiel eben nicht so stark auf Windenergie. Das ist ja auch so vorgesehen. Der Bund sieht, ich weiss nicht, 1000 Windräder vor in der Schweiz. Die Umweltverbände haben ungefähr 400 anvisiert als Ziel. Das ist eine Grösse, die realisierbar sein sollte, auch mit diesem NIMBY-Effekt, also not in my backyard. Aber wenn wir auf Photovoltaik setzen, dann haben wir diese Probleme eben nicht. Photovoltaik ist die Technologie, die genau dieses Problem adressiert. Wir bauen ja die Energiestrategie nicht immer um die Photovoltaik hinauf. Vielleicht mit dem Wind trifft es zu, was Sie sagen. Aber wir brauchen die Netze. Wenn wir Atomausstieg haben, haben wir eine Netzinfrastruktur, die in diesem Zusammenhang eine Topologie hat. Wenn wir die Struktur ändern und die Produktionsarten ändern müssen, müssen wir die Netze anpassen, sonst funktioniert das System nicht. Da können wir nicht ein bisschen weniger Netze machen. Wir müssen die Netze umbauen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Und wenn man die neuesten Studien des Bundes anschaut, mit Zukunft 2030, 2035, mit den Importmöglichkeiten und alles, da geht hervor. Das absolute Minimum ist der strategische Netzwestkrieg 2025. Wir brauchen eher noch mehr. Genau. Der grösste Teil dieses Netzausbaus findet aber im Verteilnetz statt und ist auch selten umstritten, weil das meiste unter dem Boden stattfindet. Und im Übertragungsnetz ist der Bedarf ein bisschen umstritten. Die meisten Investitionen, die getätigt werden müssen, sind auch Ersatzinvestitionen. Das heisst, man muss alte Leitungen erneuern und so weiter. Das hat weder mit der Energiewende was zu tun, noch ist es wirklich, nein, es hat einfach mit der Energiewende nichts zu tun. Das muss man sowieso tun. Was muss sich denn konkret ändern? Jetzt sind wir schon mitten in den Technologien drin, das ist gut. Was muss sich denn konkret ändern an den heutigen Netzen, Herr Elber? Also das ist mal klar, ein Problem ist eben die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit. Und das macht ja auch die Netzspitzen so gross und das würde ja die grossen Ausbauten bedingen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht das ein bisschen im grösseren Rahmen wie die Schweiz anschauen. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, irgendwo am Nordpol Solaranlagen zu bauen. Aber es macht vielleicht Sinn, irgendwo in Andalusien den Strom hierher zu transportieren. Es macht Sinn, irgendwie in Norddeutschland oder irgendein Norden. Aber was hat das mit dem Schweizer Netz jetzt zu tun, ganz konkret? Ja, wir müssen diese Kapazitäten ja eben auch schaffen, dass wir die aufnehmen können, dass wir das europaweit so weit orchestrieren, dass solche Sachen möglich sind und das halt vielleicht ein einzelnes Land nicht verhindern kann, dass diese Energien entsprechend transportiert werden. Weil ich denke, es ist schwierig, in der Schweiz alleine, ohne Windkraft, eine Autonomie zu erreichen. Also es gibt nur wenig Szenarien, die mit viel Wind das überhaupt voraussagen. Also muss man ein bisschen grösser denken und das hat Netze. Und dann, was den Ausbau der Netzen hier angeht, das hängt auch ein bisschen davon ab. Zum Beispiel, wie sieht das mit der Elektromobilität aus? Wir haben eine Untersuchung gemacht und gesehen, wenn wir jetzt plötzlich 40 Prozent Elektromobile haben und die Leute laden diese Dinger, wann sie nach Hause kommen, also so wie es normalerweise wäre, dann würden im Verteilnetz 60 Prozent mehr Energiespitzen verlangt und wenn das im Verteilnetz gebraucht wird, braucht es grössere Trafo und die Kraftwerke dahinter alles auch. Also auch hier denke ich, dass eine Lösung auch ein bisschen weit die Digitalisierung ist, die sich solche Sachen eben managen kann, also mindestens regional managen kann, eben diese Lastverschiebung synchron mit der Produktion in Übereinklang bringen, mit den Kapazitäten, die vorhanden sind und ich denke, gerade mit der Digitalisierung eröffnen uns da neue Möglichkeiten. Herr Frank, zu den Netzen, wollten Sie noch was sagen? Ja, wenn wir Europa anschauen, hat jede Region ihre Stärken und die Netze verbinden, buchstäblich verbinden diese Stärken. Der Süden ist vor allem stark mit Photovoltaik, weil da am meisten Sonneneinstrahlung ist. Im Norden haben wir, also Deutschland, England haben wir am meisten Wind und zwar relativ viel. In den Alpen haben wir klassischerweise das Wasser, noch etwas Wasser in Norwegen und jetzt gilt es, diese Wind, Wasser, Sonne miteinander zu verbinden, um ein wirklich stabiles Ganzes zu erreichen und das geht nur mit Netzen. Sie tönen fast so. Zwischendurch noch etwas Speicher, einverstanden, das braucht es dann auf der Netzebene oder auf der regionalen Ebene, aber genau diese Sachen miteinander verbinden, aber da sind wir Aonen davon. In Deutschland hat der Offshore-Windpark Milliarden gekostet, sie können mit dem Strom nichts anfangen, weil die Leitungen in den Süden fehlen. Von Andalusien, von Nordafrika gibt es keine Leitungen nach Zentraleuropa, die das Ganze miteinander verbinden, um genau das abzutransportieren. Wenn wir Leitungen haben, haben wir viele Probleme gelöst und keine Leitungen dürfen gebaut werden. Wir haben das Akzeptanz-Ding und das irrationale Verhalten. Das heisst, aber die anderen sollen die Leitungen machen. Wir müssen gar nicht viel machen. Das würde ich auch ein bisschen so in die Richtung sehen. Es gibt natürlich in Europa viele Netzengpässe. Das ist unbestritten so. In der Schweiz gibt es viel weniger, als jetzt so, wie es klingt von Ihnen, Herr Frank. Es gibt Vorhaben, die man machen muss und soll, aber es ist schon heute schon so, dass 11% des europäischen Stroms durch die Schweiz fliessen. Im Vergleich dazu verbrauchen wir nur 3%. Also wir sind bestens ins Netz integriert. Das ist hervorragend. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Netz aufbauen müssen. Wir müssen einfach schauen, dass es erhalten bleibt. Und genau dafür gibt es zum Beispiel diese Strategie Stromnetze, die jetzt im Parlament dann bald zu Ende beraten wird, hoffentlich, die dafür sorgen soll, dass eben die Bewilligungsverfahren ein bisschen straffer werden und das Swissgrid ihr strategisches Netz 2025 fristgerecht realisieren kann. Wir haben jetzt von Netzen gesprochen, die einen grossen Austausch von Strom innerhalb Europas ermöglichen würden. Diese Netze stehen vielerorts noch gar nicht. Wie ist es jetzt aber, wenn wir uns auf ein Szenario konzentrieren, das mehr von der Schweiz und sich selber ausgeht. Wir produzieren unseren eigenen Strom, statt ihn eben in Norddeutschland zu kaufen. Was heisst das für das Schweizer Stromnetz, Herr Frank? Das ist die Frage der Autarkie und für mich ist es weniger die Frage nach dem Netz. Netz müssen wir um- und ausbauen, schon nur, weil die Atomkraftwerke verschwinden werden. Da braucht es Anpassungen am Netz. Aber die Autarkiefrage ist eine ganz andere Frage und ich bin nicht sicher, ob das eine Sinn... Also die Frage ist durchaus sinnvoll, aber ob Autarkie als Ziel sinnvoll ist, das würde ich eher bestreiten. Autarkie heisst, ich habe eine 7x24x365 dauernde Unabhängigkeit. Ich habe eine Insel. Macht überhaupt keine Sinn? Technologisch? Möglich. Finanziell können wir uns vermutlich das als reiche Volkswirtschaft sogar leisten, obwohl es enorm kosten würde. Braucht noch etwas Akzeptanz für die Leitung und noch ein paar zusätzliche Staumauern, aber technisch machbar, aber vermutlich völlig unsinnig, weil Stromnetze haben den Vorteil, wenn sie im Verbund, im grenzüberschreitenden Verbund, darum Süden, Sonne, Norden, Wind, damit das Wasser miteinander verbinden, die grösstmögliche Stabilität erreichen. Dass wir eine hohe Eigenversorgung in der Schweiz haben, um nicht komplett strommässig, fossil sind wir es, um nicht komplett strommässig vom Ausland abzuhängen, das macht Sinn, das gibt auch eine relative Stärke, womit man in der Zukunft hoffentlich wieder handeln kann, aber eine reine Autarkie. Ich denke nicht, dass wir uns das leisten sollten. Das heisst aber auch, dass wir den Strom aus Kernkraftwerken, den wir jetzt noch haben, der doch einen rechten Teil vom Schweizer Strom macht, dieser fällt weg mit der Zeit in 10, 20, 30 Jahren. Woher haben wir den dann, Felix Nipkow? Zu grossen Teilen aus Photovoltaik. Ich denke, das ist wirklich die Technologie mit dem grössten Ausbaupotenzial. Also doch bei uns produziert? Einheimisch produziert. Es gibt verschiedene Gründe, warum man das machen kann oder soll und ich glaube, der Wichtigste dafür ist eben, die einheimische Wertschöpfung bei sich zu behalten und auch geopolitische Vorteile herauszuholen. Also wir sehen heute die Abhängigkeit von Öl und Gas. Zu drei Vierteln kommt die Energie aus dem Ausland, macht uns politisch abhängig von Ländern, mit denen wir Beziehungen pflegen müssen, nur aus diesem Grund. Und wenn sich das je länger mehr Richtung Strom verlagert, macht es eben Sinn, zu versuchen, den Strom möglichst einheimisch zu produzieren. Wir haben das ein bisschen untersucht. Und wenn wir dieselben Verbrauchskurve nehmen wie heute und die Atomkraft wegzählen, dann fehlen uns vor allem in den Wintermonaten etwa 17 Terawattstunden Strom. Und jetzt kann man sagen, wir machen wie das Swissgrid-Szenario oder andere Szenarien, die neue PSI-Studie und alle sind in etwa ähnlich, sagen wir, okay, wir haben 18, 20 Gigawatt installierte Solarleistung. Nun, das würde aber heissen, dass wir halt mal Peaks haben, die sind 15 Gigawatt. Das sind unglaubliche Peaks, die sind so gross wie zum Beispiel 15 Kernkraftwerke Gösgen zusammen. Also es ist ganz, ganz schwierig, diese stochastisch auftretende Solarenergie in diesen Mengen nachher einerseits nur schon Tag, Nacht und dann noch saisonal zu speichern. Also hier mit der Solarenergie, da sind noch einige Herausforderungen. Da werden wir unkonventionelle Lösungen brauchen, eben wie auch Power to Gas und solche Sachen. Das ist klar. Helfen würde uns da natürlich sehr viel Wind, weil Wind vor allem im Winter entsteht und ein ausgeglichenes Profil zu haben. Da sind aber andere Interessen, die das nicht wollen. Und so müssen wir halt sehen, was geht, welche Mittel braucht es dann und dann müssen wir die implementieren. Aber klar, sehr viel Solarenergie bedeutet mehr Netze, mehr Speicher. Und es ist gut möglich, dass die Solarenergie, vielleicht wird es nicht mehr so lange gehen und ein Solardach ist günstiger wie ein Siegeldach oder eine moderne Fassade. Solar ist billiger wie eine konventionelle Fassade. Es könnte gut sein, dass diese Entwicklung einfach passiert. Der Strom ist da. Die Leute werden das brauchen, um ihren eigenen Strom zu decken. Viele davon werden dann Anstrengungen übernehmen, möglichst viel davon selbst zu brauchen. Also sie werden in Kleinen das machen, dass sie die Waschmaschine dann laufen lassen, zum Beispiel, wenn der Strom da ist. Also es gibt viele Indizien, die zeigen, dass diese Entwicklung schon ein bisschen passieren wird. Das heisst aber schon auch, wir werden im Winter ein Loch haben mit dem Strom. Was sagen Sie, Michael Frank, Sie sind zuständig für die Versorgungssicherheit mit Strom in der Schweiz sozusagen. Wie gehen wir mit dem um? Ja, das ist genau die Krux. Und der Ruf nach PV teile ich teilweise. PV wird noch eine grössere Rolle spielen. PV ist auch fotovoltaik. Es wird immer günstiger. PV ist fotovoltaik. Genau, das ist Solarstrom. Der wird in absehbarer Zeit keine Subventionen mehr brauchen. Die ersten Fälle gibt es in Deutschland, die keine mehr brauchen. und es wird noch mehr tatsächlich installiert werden. Soweit gut. Januar, Februar, März, April. Das sind die Krux-Monate und die Versorgungssicherheit in diesen Monaten stelle ich nicht dank PV, dank Photovoltaik sicher. Selbst wenn wir alle Hausdächer in der Schweiz. Sogar wenn wir alle Hausdächer in der Schweiz zudecken, wir sind unter der Nebeldecke. Es fällt zu unregelmässig ein, weil die Hauptausbeute kommt halt nun mal nicht in diesen Wintermonat. Und es ist nicht zufälligerweise, dass sich genau diese Monate aufzählen, weil das umliegende Ausland hat genau das gleiche Problem. In Frankreich PV funktioniert zu wenig. In Süddeutschland die haben unendlich PV. Funktioniert zu wenig. Und wir haben es Ende Januar, Anfang Februar 2017 erlebt, wie etwa 20 Atomkraftwerke in Frankreich ausgestiegen sind, zeitweise. Deutschland konnte auch nicht mehr PV liefern. Die haben Kohlekraft geliefert. Schweiz hat Frankreich etwas Wasserkraft geliefert. Und PV ist in diesem Zeitpunkt nicht einmal unter ferner Liefen erschienen, weil sie nicht existent wäre. Und dann kommt noch erschwerend dazu. In Deutschland gibt es das berühmte Wort Dunkelflaute. Also es ist dunkel, kein PV und dann ist noch Flaute und kein Wind. Und das ist dann das schlimmste Szenario, das man irgendwie dann abdecken muss. Und das decken wir dann halt wirklich nicht mit PV ab. Aber für den Rest des Jahres PV eine sehr grosse Hilfe, wird sehr viele Probleme erlösen und seinen Beitrag dazu leisten. Ich denke, das ist keine Frage. Dann haben wir jetzt eben diese drei Winter- beziehungsweise fast schon Frühjahrmonate. Da wird Strom fehlen. Wenn wir jetzt auf erneuerbare Energien setzen wollen, wo kriegen wir denn her? Erstens importieren wir heute schon im wilden Halbjahr Strom. Das ist gar keine Neuigkeit in dem Sinn. Und zweitens, ja, das Problem lösen wir nicht alleine mit PV aus. Wir bauen so viel zu, dass es dann eben wirklich genug hat. Das wird vermutlich nicht so schnell der Fall sein. Wir sind heute immer noch im einstelligen Prozentbereich. Das andere ist, es muss nicht von heute auf morgen so sein. Eine neue Studie des Bundesrates hat gezeigt, dass die Versorgungssicherheit, wenn man ganz Europa einbezieht, bis 2035 gewährleistet ist mit dem, was man annimmt, was an Kraftwerkskapazitäten dann vorhanden ist. Und das ist eine sehr lange Zeit. Wenn Sie denken, was da an Speichertechnologien, auch Power-to-Gas zum Beispiel, noch kommen wird und kann, wird sich das Problem lösen lassen. Wie gesagt, es ist weltweit möglich, 100 Prozent erneuerbare, eine 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung zu gewährleisten. Trotzdem ganz konkret, wie lösen wir das Problem? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt keine einzelne Lösung, die das Problem löst, weil das wäre vermutlich viel zu teuer, die umzusetzen. Eine Variante ist Winterstromeffizienz. Ein ganzes Atomkraftwerk in der Schweiz läuft heute allein, um Elektroviderstandsheizungen zu betreiben. Die kann man ersetzen mit viel effizienteren Heizungen und dann hat man schon einen Teil eingespart. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Winterverbräuche in den Sommer zu bringen. Eine andere Möglichkeit ist, die Wasserkraft gezielter für diese Saisonausgleiche einzusetzen. Es ist auch hier bereits angedacht, vom Bundesrat und auch von der UREG des Nationalrates mit einer strategischen Reserve in diese Richtung zu gehen, dass man die Wasserkraftwerke gezielt dann einsetzt, wenn sie eben benötigt werden in diesen kritischen Monaten. Also das stimmt so nicht. Bitte. Das ist nicht angedacht. Es gibt keine strategische Reserve. Es gibt eine Idee des Bundesamtes, dass man unter Umständen eventuell darüber nachdenken könnte. Das ist etwas anders als angedacht? Nein, nicht angedacht. Es könnte sein. Aber die haben nichts in den Schubladen. Strategische Reserve übrigens auch ganz, ganz, ganz schwierig. Also nicht, dass ich dagegen bin, aber die ist extrem schwierig auszugestalten. Das machen wir nicht so schnell. Wir brauchen sie vermutlich auch nicht gerade morgen. Eben, genau. Wir sind am Anfang dieser Idee. Aber noch bezüglich Stromentwicklung noch auf eine andere Entwicklung. Die international, also immer europäisch so, zunehmend oder überhaupt bis jetzt vernachlässigt wurde. Sie kommt langsam in Deutschland auf unter dem Stichwort Oldschool, Newschool. Und zwar jetzt kommt Sektorkupplung, das ist das Verschmelzen von Strom, Gas, Wärme, Elektromobilität, Miteinander, das technologisch spannend ist. Power to Gas ist eine Technologie. Es gibt noch andere Technologien, wo ich mir auch sehr viel verspreche, um das Ganze hin und her zu schieben, Effizienzgewinne zu machen und die verschiedenen Netze miteinander zu verschmelzen. Dass das eine Entwicklung gibt in diese Richtung, das ist absehbar. Das ist klar. Jetzt ist die deutsche Bundesregierung in ihren Papieren 2008, 2010, die heute noch Grundlage sind für ihre Energiestrategie und Politik, von minus 25% Strom ausgegangen, 2050. Minus 25%. Das ist Oldschool. Newschool, neue Papiere der deutschen Bundesregierung, respektive des entsprechenden Ministeriums, plus 30% mit Sektorkopplung. Und es gibt sogar Studien in Deutschland, die von einer Verdoppelung sprechen, aber bleiben wir bei den 30% zusätzlich, statt minus 25%. Das sind Gaps, die wir dann auch noch irgendwie füllen müssen. Das wird eine spannende Herausforderung, weil da Technologien genutzt werden, die man unter Sektorkopplung verkauft, Power to Gas verkauft, die wirklich gut sind, noch nicht ökonomisch rentabel, aber gut sind, die uns aber noch ganz andere Herausforderungen bescheren müssen, die wir nicht so richtig zur Kenntnis nehmen wollen zurzeit. Gut, Tatsache bleibt, es wird irgendwann Strom fehlen, weil es immer mehr braucht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Viele Projekte sind unterwegs. Die Forschung arbeitet intensiv daran, wie es genau kommt. Wir werden es sehen. Und das war sie, die Debatte im Kontext auf SRF 2 Kultur. Meine Gäste heute waren Urs Elber, Geschäftsführer des Forschungsschwerpunkts Energie an der EMPA und vom Kompetenzzentrum für Energie und Mobilität am Paul-Scherr-Institut und Felix Nipkow, Projektleiter für Strom und erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energiestiftung, der SES und Michael Frank, Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, dem VSE. Besten Dank an Sie, dass Sie heute hier im Radiostudio Basel waren für diese Diskussion. Bei der Energiedebatte geht es immer auch stark ums Klima, wie wir auch heute gehört haben. Die Kollegen vom Fernsehen zeigen heute Abend ab 20.05 Uhr in einem Themenspezial zum Klimawandel, was es zum Beispiel bedeuten könnte, wenn es drei Grad wärmer wäre in der Schweiz. Produktion dieser Sendung Sabine Bitter, Technik Basil Kneubühler, mein Name Daniel Theiss. Und im nächsten Kontext zeigen wir Ihnen eine düstere Zukunft. Superintelligente Maschinen übernehmen auf der Welt das Kommando, genveränderte Monster jagen die wenigen Menschen, die noch existieren und ausserirdische Wesen entführen eine Gruppe von Menschen auf die Sonne. Dreimal Science-Fiction, in Literatur, im Gespräch. Morgen auf SRF 2 Kultur um 9 und um 18 Uhr oder heute Abend bereits im Netz als Podcast. SRF 2 Kultur Kontext Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch schrägstrich Kultur S Jess auch diam ichten schrägstrich und die die die